ja hallo leute hier herzlich willkommen zu meinem state of survive video und heute geht es um den commandant level ich habe jetzt insgesamt circa ein jahr gespielt mit paar tagen unterbrechung deswegen müssten die eigentlich mehr tage stehen und ja jetzt mit dem nächsten klick werde ich das maximale level erreichen das level 60 es ist kein kompletter free to play charakter wie ihr hier sehen könnt nur das commandant level die habe ich mir komplett erfarmt also die habe ich nicht durch hier durch käufer durch sonst irgendwie beschafft sondern einfach nur fand durch tägliche quests durch events wo man das sonst alles bekommen kann ja dann wollen wir das mal eben abschließen 60 ja das ist das maximale level was man erreichen kann hier gibt es halt die folgenden belohnungen gehen wir mal rüber zu den talenten in der zeit auf krieg geskilled der untere baum und mit level 60 kommen wir hier noch geskilled bleiben noch zwei stück für was auch immer könnt ihr jetzt infanterie oder irgendwas anderes hier angesprochen irgendwo noch einstecken hier so zum beispiel ja im grunde genommen dachte ich mir dass man hier noch komplett irgendwie noch durchskillen kann oder was aber genau aufgeht aber das ist nicht der fall zwei punkte bleiben über ich werde mich jetzt nicht darüber beschweren ja wie gesagt die belohnung habt ihr gesehen das war's erstmal von mir weiter geht das hier nicht wie ihr sehen könnt und dann bis zum nächsten mal